Hallo, wie geht's? Es geht mir gut, danke und dir? Es geht mir sehr gut. Wie heißt du? Ich heiße Maria. Und woher kommst du Maria? Ich komme aus Rumänien. Wo wohnst du? Ich wohne in Pithest. Perfekt. Wie alt bist du? Ich bin acht Jahre alt. Sehr gut. Lies bitte schön. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel sind Brüder und Schwester. Sie leben mit ihrer Mutter und ihrem Vater in einem kleinen Häuschen am Waldrand. Hänsel und Gretel spielen gern im Wald, auch wenn ihre Mutter immer sagt, geh nicht in den Wald, das ist gefährlich. Und wirklich eine Nacht verlaufen sich Hänsel und Gretel im Wald. Es ist dunkel. Die beiden Kinder haben Angst. Die beiden Kinder schlafen unter einem Baum ein. Am Nachtmorgen machen sie sich auf und ihr Haus suchen. Auf einmal sagt Hänsel, schau mal Gretel, dort unten ist ein kleines Häuschen. Das Häuschen sieht aber seltsam aus. Das Dach ist aus langsam. Die Säule sind aus Lutzstangen. Das Fenster ist aus Schokolade. Die Tür ist ein Keks. Die Stüffeln sind aus Bonbons. Eine alte Frau öffnet die Tür. Sie lacht und sagt, hallo Kinder. Gefällt auch mein Häuschen? Kommt doch herein. Die armen Kinder. Die Alte scheint gut und freundlich zu sein. In Wirklichkeit ist sie aber eine Hexe. Die Hexe spät Hänsel sofort in einem Zimmer. Wenn dann die arme Gretel im Haus arbeiten muss. Eines Tages, wenn sie kocht, hat Gretel eine Idee. Sie rief die Hexe und fragt sie. Wie heißt man denn den Bachofen ein? Das ist aber nur eine Ausrede. Dafür die Hexe in den Ofen zu schreiben. Dann läuft Gretel zu Hänsel. Brüder, Herr, die Hexe ist im Bachofen. Sehr gut, Gretel. Mach sofort diese Tür auf. Endlich ist Hänsel frei. Die beiden Geschwister laufen in den Wald. Auf einmal sagt Gretel, schau mal Hänsel, dort ist unser Haus. Die Geschwister laufen zum Haus und umarmen endlich ihren Vater und ihre Mutter. Sehr gut, bravo. Tschüss. Tschüss.